Mein kleiner tapfer Schatz, hast du dich dann noch mal reingewuchtet? Ja? Guck mal, bist fast nur noch du drin. Das ganze Wasser ist schon fast draußen. Du bist ein Pitchi-Pattchen, das? Mhm. Machst du ganz toll. Nicht unterkriegen lassen, ne? Möchtest du noch ein bisschen oder soll ich dir raushelfen? Weißt du noch nicht? Ich glaube, so nass wie du bist, helfe ich dir mal aus, ne? Warte kurz. Ups. So. Kommen sie her, kleiner Badebär. Juppidu. Warte, geh mal hier ein Stückchen rüber, dann torgelt es so schön langsam. Langsam, langsam. So ist fein. Mhm. Ich bin da drüben auch gleich fertig. Dann könnte ich dich holen und in ein Handtuch wieder einwickeln. Dann kannst du wieder trocknen bei mir auf dem Schuh, ist das meinst du? Mhm. Ich setze dich mal erstmal in die kleine, große Trockenbox. Noch mal nett um. Alle hopp. So. Okay? Ja, den Rest machst du, ne? Da kannst du dich ein bisschen trocken schwubbeln. Ich komme gleich nochmal rüber. Schuh. Ja. Spannender.